Adventskalender 22. Dezember Weihnachten von Josef von Eichendorff Markt und Straßen stehen verlassen, Still erleuchtet jedes Haus, Sinnend geh ich durch die Gassen, Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen Buntes Spielzeug fromm geschmückt, Tausend Kindlein stehen und schauen, Sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern Bis hinaus ins freie Feld, Heeresglänzen, heilges Schauern, Wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, Aus des Schnees Einsamkeit Steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit! Einen wunderbaren 22. Dezember Wünscht Euch Eure Eva Bepa Säkique Bepa Säkique Straplin Bepa Säkique Bepa M술 Bepa Untertitelung des ZDF, 2020